Interessanterweise kam, als ich mir den Yaksha vorgestellt habe, Makal in dieser Figurform auf mich zu und dann halt eben ein bisschen angepasst mit den 60 Augen und 40 Mündern. Aber im Grund und Ganzen symbolisiert er für mich auch auf wundersame und wunderbare Art und Weise, wie es tatsächlich diese ganze Welt, wie sie erschaffen ist und der ganze Makel. Dann kamen unzählige Momente, wo denn wirklich am Wochenende jetzt der Mönch wieder dort war, wie er dort in Tränen ausbricht, als er über das Dharma berichtet, über das Citta, über das Herz berichtet, wie galant es vorgeht, wie der Verstand, also über das Herz gesteuert, dann vorgeht und immer wieder zu Fall bringt und wo er so selbstherrlich war und dann auch im nächsten Moment wurde ihm das wieder klar. Das war unglaublich. Und das Thema natürlich, dass diese Beziehungskiste, dass wir wirklich zu allem Beziehungen haben, das ist hochinteressant. Und durch die Beziehungen beginnen wir erst zu leiden. Denn sobald eine Beziehung hergestellt ist, beginnst du automatisch zu leiden. Wenn du in irgendeiner Zeitung liest, irgendjemand ist nach schwerer Krankheit gestorben, da ist nichts. Wenn es jemand ist, der im näheren Umkreis ist, da ist schon sehr viel mehr an Emotionen auch dahinter. Und das Schlimmste natürlich, wenn es im direkten Umfeld ist. Menschen gerade eben noch gesehen, jetzt gestorben. Das sind Momente, wo wir durch den Beziehungsstatus, wo wir durch die Unneutralität und damit auch durch das Ungewahrsein, dass wir ja trotzdem mit allem verbunden sind, egal ob wir Menschen kennen, ob wir Dinge kennen. Wir sind mit allem immer durch die Bank weg verbunden und können uns nicht trennen, können aber auch keine Beziehung haben im Sinne von mag ich oder mag ich nicht. Denn sobald das losgeht, ist es wieder nicht mehr eins, es ist getrennt voneinander. Und das kam in der Meditation sehr, sehr viel, diese Beziehungen, die wir zu der ganzen Sache hatten. Dann hatten wir noch eine ganz liebe Fliege mit dabei, die die ganze Zeit lang an meinem Gesicht rumgefummelt hat und sogar gekitzelt hat. Und dann saß ich eine Zeit lang auf dem Bein und ich habe sie beobachtet, wie sie da so rumrüsselt. Und sie hat mich auch an Menschen unglaublich erinnert. Ständig in Bewegung, ständig, oh kann man da was abgreifen, ist da was zu holen. Also sie schnupperte und schleckte dann an der Haut rauf und runter. Und sie hat mich so an Menschen erinnert, die ziellos und planlos sind. Und deshalb im Grunde genommen, auch was dieser Mönch in dem Video gesagt hat, er wünscht sich wirklich für alle Menschen, dass sie einmal erleben, wie das Dhamma durchbricht, wie sie sich ihrer grundlegenden Selbstbewusstsein oder Selbstgewahrsein überhaupt wahrnehmen können und verstehen können, was es bedeutet, zu existieren, jetzt zu existieren, was es eben an unzähligen Vorleben gegeben hat, die so viel Zeit in Anspruch genommen haben. Und wir sind immer noch hier also deutliches Zeugnis, dass wir nicht erfolgreich waren in den letzten Leben. Und das alles war sehr, sehr intensiv da, vor allen Dingen eben das selbstgewählte Leid. Denn Leid ist immer selbstgewählt. Es gibt kein von außen induziertes Leid, sondern wir wählen unser Leiden tatsächlich aktiv aus. Und dadurch kommen wir aus der Falle auch nicht raus, denn so wie es hier auch in dem Text aus der Knochenmeditation heißt, du fühlst dich dein ganzes Leben betrogen, aber wer hat dich wirklich betrogen? Nur du selbst betrügst dich, kein anderer tut das. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Wir sehen uns beim nächsten Mal.